Junge! Was passiert? Ähm, 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 ich glaub das Mehlwerk war verstuft. Scheiße! Oh du, Alter, ich denk das so, was rumpelt denn das so? Hier, Hanf, Alter, Hanf! Alter, was? Alter! Ist aufgenommen! Ja! Ganze Grafen ist ausgefahren! Ich hab echt schon früher getan... Schau mal, hier ist auf dem Feltern! Das ist ja auch nicht normal! Ich glaub, das Mehlwerk ist ein bisschen verstopft oder so! Alter, Alter! Ich trau mich kein Meter mit dem Fuss zu fahren! Wer weiß, was da drinnen ist, Alter! Irgendjemand... Irgendjemand, hier ist der Pflug... Der Pflug-Signal... Nein, Alter! Das Karren-Ding ist auch so gerutscht! Alter, ich fahr jetzt einfach mal drüber! Warte mal! Ich hab das geklebt! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Alter, das geht doch nicht! Jetzt haben wir so'n scheiß Hügel da, oder wie? Warte, holen wir den Ladewagen oder so'n... ...